Hallo, mein Name ist Eino Altua. Ich bin 41 Jahre alt und lebe in einer Wohngemeinschaft in Wien bei Habit. Die meisten nennen mich Eini. Meine große Leidenschaft ist Rapid. Hallo. Servus. Wir sehen uns gleich. Der Reinig, ein riesiger Fan von uns. Schau, jetzt hängen wir dir so um. Das ist der Trainer, ja. Servus. Grüß dich, hallo. Hallo, Herr Inge. Servus, mein Fein. Ist das beim Training so? Aufforderung, dass alle, die an den Reinig denken und auch mit Rapid etwas zu tun haben, einfach etwas posten können. In jeder Zeit. Und da gab es so viele schöne Beiträge schon. Und das Größte, glaube ich, ist heute das Highlight, dass wir hier sind. Und den Reinig diesen Wunsch irgendwie erfüllen können, dass er alle Spieler heute gesehen hat. Und ja, wir sind da. Hallo, Reni. Hallo, Reni. Ja. Hallo, Herr Inge. Hey, was so have you? Ist das, Läger? Ich muss das Läger machen. Untertitelung des ZDF, 2020